Na Kenas, willkommen zu einer neuen Folge Renaissance mit dem Fenix. Guten Abend Leute. Hi. Und wir haben schon wieder was zu erzählen. Wir haben es gestern geschafft, ich glaube eine, ne? Ja, eine, eine. Eine ganze Folge haben wir es gestern geschafft aufzunehmen. Was passierte dann natürlich? Fenix, sein Internet ist abgeschmiert und bei mir das Minecraft. Geil. Ja, ob, ob dein Internet gestern dann noch wieder lief, wissen wir nicht. Wir wissen nicht, wie ich angekündigt bin. Ja, und ich habe ganze zwei, zweieinhalb Stunden, ich glaube zwei Stunden damit zugebracht, mein Minecraft wieder ans Laufen zu kriegen. Weil ich irgendwie, ich war ja auf dem Weg in die Höhle, damit, wie Kodierung über, boah OBS geht mir nicht auf den Sack ey. Ich war ja damit beschäftigt, beziehungsweise hatte gesagt, ich gehe nach der Folge im oftmal eben kurz zur Höhle, damit wir die Intralinking-Buchs verlegen können zum hin und her switchen. Was? Wo sind die überhaupt? Ja, die sind gelegt. Ja, wo? Ja, hier links neben unserer Base ist doch dieser Turm, da kommst du in die Höhle. Wo ist was, wie, wo, was? Oh, warte, ich zeig's dir. Hier. Guck mal hier. Ach, kurz. Ja, 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 ja. Hier. Ach, lol. Da klicken auf Buch. Auf Buch klicken? Ja, auf Buch klicken. Oh, lol. So, in Höhle, du finden. Ja, aber hier können wir ja noch nix bauen. Wie, da können wir ja noch nix bauen. Ja, das ist aber... Ja, hier muss ne Vault hin. Was? Hier muss ne Vault hin. Ja, das können wir doch zu einer Vault machen. Ja, hier muss aber eine hinnehmen. Ja, auf jeden Fall wollte ich halt gestern, war ich gestern gerade dabei, die, die Bücher zu verlinken und will dann das, das zweite Buch in der Höhle legen, um wieder hier hinzukommen und auf einmal... Braucht man den Spawner? Stürzt mein Minecraft ab. Äh, ja. Ich hab den jetzt einfach mal abgebaut. Egal, wir haben schon einen. Achso, okay, ja gut. Gut, ja, finden wir ja mit Sicherheit auch noch öfter. Und, äh, letztendlich musste ich die Welt vom Server runterladen, in mein Minecraft reinladen, im Singleplayer starten, weil ich irgendwie in so einer Sterbeschleife festhing. Das hat der, mein Minecraft auf dem Server wohl nicht gepackt, aber im Singleplayer auf dem Rechnerlokal ging's. Dann bin ich wieder in die Stadt gelaufen, beziehungsweise, äh, also in der Stadt respawned, hab in der Höhle meine Sachen geholt, bin wieder zurück in die Stadt und hab die diese Player-Data von meinem Computer wieder auf den Server hochgeladen. Und danach kam ich auch wieder auf den Server. Ey, ich weiß nicht, was los ist. Und jetzt, vorhin, wollten wir auch schon die ganze Zeit starten, aber mein Minecraft ist jetzt die letzte halbe Stunde, ich glaub, sechsmal abgeschmiert. Keine Ahnung. Es, es läuft schon wieder alles Bombe. So, was wollten wir machen? Ich wollte um Mitternacht das Ritual machen, damit wir endlich mal Unstable Ingots machen können und in der Zwischenzeit sollte ich mich mal an eine Ender-Carrie setzen, weil der Digital Miner ist einfach für'n Arsch. Und was machst du? Ich hole jetzt irgendwie Kohle her, dass wir den Reaktor schon mal auf Last fertig haben. Und, ja, mehr mach ich auch nicht. Okay, hä? Ja, egal. So, ähm, obwohl ich glaub, ich brauch ein besseres Ziel. Du brauchst ein besseres Ziel? Echt, was denn? Irgendwas mit Elan, aber was gibt es mit Elan? Irgendwas mit Elan. Geil. Ich hab grad so'n Schienensystem, was ich verfolge. Ich weiß, was ich mache. Ich werde der Hipster in unserem Projekt sein. Ich werde mit Tau-Craft beginnen. Näh. Doch. So was tust du. Ja. So was, so was tue ich mit Elan immer. Ach ja, und ich habe gestern, nachdem ich es dann geschafft habe, meinen Minecraft wieder ans Laufen zu kriegen, also gestern lief es zwischenzeitlich mal, bis jetzt vorhin, komischerweise, ähm, ein bisschen angefangen in der Höhle umzubauen und ich, ja, eine Stunde lang, ich konnte irgendwie nicht aufhören. Aber das zeige ich euch jetzt noch nicht, das kommt später. Wir haben jetzt gerade Wichtigeres zu tun. Äh, Sonne, Mond und Sterne, das dauert noch ein bisschen. Gut. QWED hieß das, ne? Ne. Wie hieß das nochmal? Was suchst du? Ender Query. QED. QED. Quantum Ender Device. Okay, Eye of Ender. Eins, zwei. Haben wir. Crafting Table. Haben wir. So, Ender Infused Obsidian. Brauchen wir wahrscheinlich ein paar mehr, machen wir mal ein Stack. Wo haben wir das ganze Obsidian her? What the fuck? So, und Diamond Infused. Burnt Quartz. Block of Quartz. Poor Nether Quartz. Oder so, hm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Neun. Toll. Wir brauchen mehr Nether Quartz. Okay, äh, vier Stück brauchen wir auf jeden Fall erstmal davon. Von, äh, ein, zwei, drei, vier. Alloys-Melter, komm her. Rein damit. Nein. Oder warte, ich hab ne bessere Idee. Ist das, oh ne, ist das jetzt dein Kackernst? Ich mach ein Dings. Ich hab jetzt Fused Quartz gemacht. Ich mach ne Automatic Crafting Table. Wie, du machst ne Automatic Crafting Table? Hä? Ein A-Crafting Unit und ein K-Crafting Dings. Ach so, du machst ne ME-Automatisierung. Mhm. Ja, auch geil. So, wir haben alles bis auf das Burnt Quartz. Kacke. Eins, zwei, drei, vier. Wo ist denn hier der Dings? Der Inscriber? Bitte, ganz kurz sagen. Ach hier, hübs. So geht's, okay. Äh, Calculation Prozessor. So, jetzt haben wir das drin. Das, 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 das. Das, das. So, ich hab die Q-Q-Idee. Alles klar. Nice. Drei, drei. So, warte. Ähm, was brauchten wir dafür noch? Das waren doch irgendwie diese, diese komischen Türme da. Oh, äh, äh. Was war das von Extra Utility? Add Extra Utility. Hallo? Nein? Ja, ja. Minecraft? Nein. Nein. Böses Minecraft. Okay. Ender Collector. Ne, Ender Flux Crystal, ne? Ender Collector und Ender Flux Crystal. Ne, ich glaube, das war ein Ender Flux Crystal. Es ist Vollmond übrigens. Es ist Mitternacht. Yay. Äh. Wollte ich dich nur darauf hinweisen. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme. Wo ist, äh, ein Jetpack? Okay. Schaufel ist dann start. Ich wollte, ich wollte dich nur darauf hinweisen. Also, ich weiß nicht, woher ich jetzt weiß. Ja, 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 ich habe schon verstanden. Du bist zum Wolf geworden. Wolltest du mitkommen? Ja, ich bringe ihn da. Okay, gut. Äh. Mach direkt zwei Division-Segel oder brauchen wir nur eins? Wir brauchen erstmal nur eins. Das hat 256 Aufladungen. Also, ich glaube, so viel. Wo bist denn du jetzt gerade? Guck auf die Karte. Äh, shit, ich habe, äh, ich habe noch kein Schaf geholt. Kacke. Äh, äh. Bin scharf. Reicht das? Was? Ich bin scharf. Reicht das? Äh, 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 äh. Witzig. Ich wollte, ich wollte ja nur mal einen Mann bringen. Ja, ja. Ja, ja. Äh, Altar has a rest on a place on dirt. Can't see the moon has suffered in the natural earth. Äh, Altar is in darkness. Too early. Okay, alles klar. Ich habe noch Zeit, um ein Schaf zu fangen. Oder irgendein anderes. Das ist in die Richtung. Ach, okay, da ist auch eins. Oh. Hier ist eins. Okay, ich komme zu dir. Ich komme zu dir. Ich komme zu dir. Nein. Nein. Minecraft. Boah, ist das dein Kackernst? Ja, abgeschmiert. Warum? Warum tust du das? Boah, ich hasse es nicht. Ich gehe ganz kurz ein Schaf holen. Ja, mach mal. Oh. Warum ist es denn jetzt abgeschmiert? Es lief doch. Network, NetHandler, PayClient. Jetzt habe ich irgendwas mit dem Netzwerk. Ey. Entity, Living, Base, Class, Cast, Exception. Plans, Mod. Ich kotze im Strahl. Wirklich im Strahl? Machst du mir davon ein Video und stellst es auf YouTube? Ich habe ein Schaf, aber das ist ein Schwein mit... Nein, der hat diesen Katzenhut, den will ich haben. Oh, habe ich schon. Ich höre ein Schaf, ich höre ein Schaf, ich höre ein Schaf. Ach ja... Ich muss 10 Enemies aus der Luft killen, lol. Ja, voll leich mit dem Draconic Sword. Hoffentlich komme ich jetzt auch wieder auf den Server drauf, weil ich bin nämlich in der Luft quasi gekickt worden. Bzw. Minecraft ist... Nee, nee, du warst im Stand. Ich habe dich gesehen. Ich war im Stand. Oh, oh. Okay, Wahnsinn. Also hat der Server weitergearbeitet als mein Minecraft. Wahnsinn. Oh, Wahnsinn. Mein OBS zeigt mal mehr als 10% CPU-Auslastung an. Und das, obwohl mein Taskmanager die ganze Zeit bei 50% ist. Finde ich auch immer geil, ne? Da steht dann im OBS steht die ganze Zeit unten so irgendwas mit 5% CPU-Auslastung und dann links daneben CPU-Überlastung. Codierung fehlerhaft. Geil. Echt, ey. Jetzt benutzen wir schon TeamSpeak und kein Discord mehr und... Oh, echt. Ich weiß nicht, was mit dem PC los ist, ey. Als ob ich nur 5 Teile in der Luft töten muss. Ich habe schon safe so 20 in der Luft getötet. Ach. Für deinen Wolf gedöhnt? Mhm. Ja, du musst irgendwie... Springen dabei, ja, ja. Ja, ja, genau. Und dann von oben irgendwie auf den Kopf zielen. Ach, du Scheiße. Ja, das ist total... Total bescheuert. Oh, Wahnsinn. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass mein Minecraft jetzt schneller startet, seitdem ich die Grafik anders eingestellt habe. So. Hey. Ich bin wieder da. Und... Sync. Ich weiß noch nicht wozu, weil ich labere die ganze Zeit. Die Aufnahmen laufen beide die ganze Zeit. Aber... Ach ja. Ich weiß noch nicht, was ich davon nachher rausschneide und was nicht. Ansonsten habt ihr einfach mal eine halbe Folge nur Schwarzbild. Ist doch auch mal schön. Tut nicht so in den Augen weh. Oh, ich höre was. Ich finde das lustig. Du schwebst ganz in der Luft. Ich mache ganz den Screenshots davon. Lol. So, alles klar. Und du hast ein Schaf? Ja. Ich bin Schaf, ja. Okay. Schön. Ich drücke mal Leertaste bei dem Jetpack. Wo soll ich das Schaf hinpacken? Äh, warte. Noch nicht. Nein. Ist das jetzt dein fucking Ernst? Komm, der Mond ist gleich weg. Ja, was soll ich machen? Minecraft hängt schon wieder. Ah, okay. Äh, too late. Boah. Echt, echt. Ich kotze im Strahl, ey. Wie gesagt, YouTube.com und dann extra nochmal für mich aufnehmen. Ja. Also, Ender-infused Obsidian und Eye of Ender. Alles klar. Ohne Witz. Also, wenn das jetzt noch öfter passiert mit dem Abstürzen, dann mache ich das echt mit dem, was ich hier vorhin gesagt habe, ne? Welt auf meinen PC laden, Flansmod raus und irgendwie und dann wieder. Weil, nee. Ey, komm, ich bin doch nur in die Base gegangen. Ey, ich hab keinen Bock mehr. Ach, du Scheiß. Hashtag, wir spielen gleich Terraria. Hashtag, RIP Minecraft. Ja, toll, meine Webcam ist auch super eingestellt. Ja, liebe Leute, äh, wenn's euch trotzdem gefallen hat, ne, dann, äh, also, die, quasi die ganze Folge nur schwarzbild zu sehen, dann, ähm, gebt doch mal einen Daumen hoch, Abo dalassen. Genau, bei Phoenix vorbeigucken, da seht ihr auch, äh, irgendwas. Wie, Onkel, schobst du, das Game geliftet hat. Ja, super. Und in der Luft schwebt und, keine Ahnung, und, ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich in einer nächsten Folge wieder. Ciao, bis denn. Ciao. Also, ich sollte mal anfangen, Terraria-Server zu machen, oder? Ja, kannst du machen.